Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal da wir uns heute spielen wir Astronaut Camping. Geil war ich, das kommen wir heute. Und ähm... Ich weiß nicht, dass ich mir leid, dass ich schon mal wieder spielen konnte. Aber das liegt, weil ich auch immer Schüler bin. Ich bin jetzt, ähm... Ich fahre nicht mehr, dass ich jetzt mal wieder rauskomme. Oh scheiße... Tja, das war jetzt nicht gerade der beste Anfang, aber ähm... Ich bin noch in der Schule, also... Nicht gerade in der 6, sondern in der 6. Klasse. Und deswegen konnte ich nicht aufnehmen, weil ich keine Zeit hatte. Und ich bin noch im Flughafen und so, Schlagzeug und so. Und ja... Ähm... Heute hat mein Kollege... ... ein neues Video online gefahren. Wartelang war ich noch nicht. Ich hab's noch lange geschaut und ich hab noch nicht vergessen. Ich glaub's war... ... Rainbow Six. Ich hab noch nie gesehen. Ich glaub's nicht genau. Okay. Ähm... Das ist ein Video von mir einfach mal rein. Und wenn ihr keine Video von mir verpassen möchtest, lasst doch ein Abo da und ein Like. Ich glaub's mit dem... Ich hab's aus defensivbild. Dann geht es hier jetzt wie漏fl fuerte... duellicht überstehtend. Ähh... Das sehen wir an. Das sehen wir natürlich an. Das sehen wir hier an. Dann machen wir jetzt das. Und dann kommt ein Neujervang hier rüber. Dann machen wir das... Ich hab's gemacht... So... cow... Man kann da und gehen. Fass ab, der der Haseputter. Diese Liste. Tja, ich muss mich noch wieder einwärmen, weil ich hab schon lange nicht mehr. So, dann rück ich dann direkt in die Misch-Runde. Und dann hier gerade eine 1x1. Ich muss mich noch ein bisschen verstellen. Jetzt noch 1x1. Ja, jetzt noch 1x1. Naja, man muss immer spät rein. Die Kugel ist dann drin. Und dann die Kugel ist dann drin. Und das ist dann drin. Das ist dann drin. Und dann schreibe ich auch mal mit über. Und dann habe ich jetzt einen Kugel ausgenommen. Und das hat dann auch noch spät rein. Und dann... ...bleibt es immer mit drin. Und dann... ...die sind dann auch schon zu scheiße. Ja, in der Schuhe. Das war's für heute. alles ab wieder alles klar ob er davon nicht kennen kann und diese hier unten ach ja heute wird es vielleicht noch eine kurze Folge Ich habe einen Femm gespürt, ich möchte ihn wieder spielen. Ich möchte ihn einmal spielen. Ich bin schon ein Femm gespürt. Ei, ei, ei. Juuu 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 Ich muss die Selle nicht hab ich gar nicht gebraucht Ich schreibe sie an Wir haben hier im Flash Alle mal, vielleicht mit dem Mix hier in der Küche. Okay. So, ich weiß gerade nicht, wie ich reden soll. Ich weiß gerade kein Zimmer. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. k Ich habe den Diener hier. Die Diener hier. Ich habe den Diener hier. ... ... ... ... ... ... ... Okay. Nein, achso, oh. Hm, ja, das ist schon so, aber wenigstens okay. Aber dann würde ich mal sagen, das war's von dieser kleinen kurzen Folge. Und wenn ihr kein Video verpacken möchtet, lasst mir ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich euch sehr gerne sagen und zum nächsten Mal tschüss.